So, hallo, wir sind zurück vom Chips fressen und Schokoladen. Was lachst du? Hattest du eben angefangen, hast du das kleines irgendwie euphorisch. Ja, dann hast du mich wieder so rüde unterbrochen, du kleines Arschloch, und jetzt hab ich keine Lust mehr. Hüpf, 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 hüpf. Wenn die allein springen, ist das irgendwie viel besser. Weg. Oder Limonaden-Dschungel. Welt heißt? Limonaden-Dschungel. Jetzt alter. Keine Ahnung, Mann. Piss-Potschnitt oder so. Keine Ahnung. Ähm, 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 ja, ähm, sodasumpf. Gigantokaten, okay. Ja, fast. Oder so. Yeah, Schokolade, Gumba, so cool. Ach, irgendwas war hier wieder größer, ne? Du hast recht, es ist mir gar nicht aufgefallen, weil das riesig ist. Ha, wie, ha, wie? Ich hab nicht, der erste Gumba war klein, also. Boah, da kommen ja noch mehr kleine Gumbas raus. Iiiiih. Ist ja grausam. Oh, wie putzig. Oh, wie putzig. Stiere, bittet. Ohohohoho. Das gefällt mir nicht. Warum so einfach? Alter. Was? Achso, ich kann den nicht anheben. Oh, jetzt. Was? Oh. Oh. Jetzt lass ihn doch einfach mal weggehen. Meine Güte. Oder hättest ihn halt mal da drauf geworfen, weiß ich. Ich kann ja nicht, ich wollte das ja machen, aber wie kann man nicht hochheben? Da hat das ja erst angefangen. Musstest du mir jetzt den einen Block dann kaputt machen? Das geht's hier, glaub ich. Nein, da geht's nicht lang. Willst du jetzt die Feuerblume haben, oder nicht? Oh, wo, na, ja. Wie soll ich noch hochkommen? Nimm mich. Das klang falsch. Aber hör ich auch immer wieder gerne. Hätt ich benutzt mich, sagen soll. Etwa von dir, aber was soll's. Dafür hätten wir jetzt guten Schell brauchen können. Was kannst du eigentlich? Es ist irgendwie... Ah, so, und jetzt? Wie geht das jetzt? Wobei, das ist eigentlich einfach, wie das geht. Ähm, ja, ich klicke das jetzt nach rechts. Nee, oder halt auch nicht. Der kommt runter und ich muss rauschauen. Sie, und... Ja, okay. Ah, egal. Nicht egal. Mist. Kann man noch von links irgendwo eine holen? Aber es ist nur der Koopa. Nicht, dass hier irgendwo noch Koopas sind, ohne dass wir hier wegkommen. Na gut. Cheatet schon. Mist. Ah, komm mal her! Vielleicht kein... Oder halt so. Yeah! Ich hab ein bisschen Angst vor dem Ding. Nein, kommt nicht wieder. No, gut. Ich könnte wetten, dass es mir gleich entgegenkommt und mich umbringt. Ich hätte auch hier unten angehen können. Egal! Stier! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fickidi-fuckidi-fuck. Oh, okay. Lassen wir das hoch. Ist da vielleicht zufällig was versteckt? Nein! Will ich jetzt einfach mal testen. Nichts. Du bist doch ein Haarschloch. Nein! Nein, nein! Nicht sterben! Nicht sterben! Ach, auf einmal bin ich hier wieder wichtig. Ja, ja, ja. Nee, jetzt hab ich dich sogar extra wieder groß werden lassen, Alter. Da ist doch was drin. Moment, das bin ich nicht. Bin ich richtig rein? Nee, Mann! Ja, das ändert jetzt so viel in der Ausgangsposition. Ach, jetzt kannst du aber mal landen, ne? Gott, ey! Warum hast du besoffen? Mann! Klingeling! Oh, fuck. Ich werde sehr verbunden, wenn du nicht springst, wenn die über uns sind. Okay. Los! Das war irgendwie eine seltsame Idee. Wie sollte das eigentlich funktionieren? Das ist doch eine blöde Frage. Wir sollten eigentlich auf den großen Goomba hüpfen und von da so viel Sprungkraft entwickeln, dass wir hochkommen. Oder halt so. Geht auch. Könntest du sagen, haben wir dieses Getschiete da. Ja. Da gerade, der ist auf der Röhre auf der... Oh, ja! Hallo? Was war das? Wir haben, glaube ich, gleichzeitig gestampft. Ah! Und? Und zack! Und zack! Und zack! War aber nicht unser Ziel, oder? Oh! 18 Sekunden? Was? Ich bin tot. Ich bin kackt. Ich glaube nicht, dass du das noch packst, Alter. Scheiß drauf. Ja. 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 War ein Hauspilz. Hauspilz. Hauspilz? Hauspilz. Hauspilz? Ja. Weiß nicht, was hast du? Oh! War was Neues. Achso. Ne. Ich nehme den Stern. Hast du den Pilz? Nein. Ich glaube, ich habe den Pilz. Eins, zwei oder fünf? Fünf. Ich glaube, die fünf ist gut. Doch, die eins. Ah, die drei. Ich wusste es noch. Ja, Mann. Den Stern hatte ich. Immerhin den Stern, ne? Eins, zwei oder fünf. Drei. Geil. Gut, dass wir nicht irgendwie schon 3000 Sterne haben. Äh. Selbstmordabgrund. Giftige Gewässer. Das klingt ja schon scheiße. Nehm ich mal ein kleiner Panzer. Brumm. Okay, wir müssen da oben hin. Ganz dringend. Los geht's. Muss wir ein bisschen besser koordinieren. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Passt. Aber gut gemacht. Jetzt habe ich auch eine Eichel. Das klingt auch unglaublich falsch. Wie lange hast du denn darauf jetzt gewartet? Was? Oh, nicht. Hä? Wie lange hast du das? Ja? Nein. Wie kommt man da unten hin? So. So. Wahrscheinlich müssen wir einen Stampfli. 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 Stampf. 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 Gut. Okay. Oh, guck mal, was hier oben ist. Willst du mich... Hab ich gut gemacht. Nein, das hat nicht funktioniert. Lass mich mal erst in P3. Warum stellen wir uns nicht einfach mal aufeinander und dann hüpft der ein, der andere hüpft ab? So. Geht nicht. Deswegen. Ich hab mir auch gerade überlegt, was war ich... Was kannst du eigentlich? Wirklich? Fast, Alter. Nee, das funktioniert nicht. Der eine muss auch... Muss wirklich besprungen sein. Alter, ich hab die scheiße... Oh, du kannst mir doch nicht erzählen. Vielleicht geht's nicht rein. Scheiß drauf. Nein. Du kannst fliegen, warum schaffst du das eigentlich nicht? Ich glaube, es geht wirklich nicht, oder? Lass mal nach links nochmal gucken gehen. Warum hüpft man sich eigentlich einfach von hier? Äh... Ne, das geht nicht. Dann lass weiter gehen. Wenn man da rauskommt, muss man doch links reinkommen. Dann müssen wir doch wieder mitmachen. Oh, nein. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Kompliziert. Oh, äh... Vielleicht sollten wir mal wieder anfangen zu kommentieren. Ich wollte gerade sagen. Starr. Schneller, schneller. Tot. Egal. Mach den Scheiß. Du hast du es nicht. Danke. Wolltest du eigentlich eben drücken, oder nicht? Hm? Wolltest du eben abdrücken? Mist, ich wusste das. Das Zeug hier macht mir echt Angst, ohne Mist. Was ist das? Das Zeug hier macht mir Angst. Das ist einfach viel zu... Du hast eben auch Angst gemacht. Das ist ganz viel böse Angst. Wir müssen das Latter nochmal... Vergiss es. Was schon. Wir gehen jetzt nach links und holen uns diesen Scheiß. Okay. Da fängt es schon an mit den Extra-Durchläufern. Haben du das gesehen? Anscheinend ja nicht. Warum? Okay, es war ein Pugumba. Du hast schon recht. Ich hatte Angst, in diese Scheiße da reinzufallen. Was war los? Da kommen wir denn da hin? Da ist nix. Ach, warum doch. Uff. Das war pustig. Ohne Mist. Und mit Mist. Hä, war nicht da unten rechts schon das erste Ding gewesen? Da geht's nicht rein. Das haben wir ungefähr 20 Mal ausprobiert. Ich brauche, ich brauche, ich brauche... Einen Eichelpilz, Alter. Nee, anderen Pilz. Den hat sich die öffnen. Danke. So gütig. Womit habe ich das nur verdient. Gute, überleb. Ich will, dass du jetzt da hoch fliegst. Ich rette dich einfach von dem Gummer. So, und jetzt fliegst du da oben hin. Ja, genau da oben. Da ist noch ne Röhre. Hast du grad gesehen? Da ist auch sogar ein Weg nach oben. Ist das ja schwer. Das ist ja gar nicht so schwer. Oh, du hast geklappt. Sorry. Nicht da? Oh, Mann. Mal mal hin, ne? Weißt du? Das sieht ja schon scheiße aus. Das ist das hier. Ah, ein P. Ja, okay. So, jetzt los geht's. Jetzt lass mich doch da hoch. Na, coolere von uns beiden. Siehst du? Münzen. Hey, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Und dann noch die andere Münze holen. Und dann... Ja. Hätten wir die Welt zumindest auch schon geschafft. Bitte, bitte erklär mir, was du da gerade getan hast. Du bist auf mich gesprungen. Da war ich so geschockt und gekränkt und schwer verletzt, dass ich... Bitte, erklär mir gerade. Nein! Was, Alter? Warum stirbst du? Warum bist du? Wenn ich ansonsten gestorben wäre. Ernsthaft jetzt. Trommplatz. Ja, und?